Und welche Konsequenzen der Anschlag auf Trump für den Wahlkampf und für das Land hat, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Freund. Er ist Vizepräsident der Republicans Abroad Germany und zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Herr Freund, was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Anschlag erfahren haben? Also erstmal war ich froh, dass Präsident Trump nicht mehr als nur einen Streifschuss bekommen hat. Wir waren generell froh, dass es zumindest für ihn klimpfig ausgegangen ist, auch wenn es bedauernswerterweise Tod und Schwerverletzte gab. Und natürlich, dass diese ganze Debatte jetzt auch noch eine Eskalation erfahren hat, aber nicht zwischen den beiden Diskutanten und den beiden Kandidaten, sondern von dritter Seite. Also es ist anscheinend immer noch, das Narrativ der Steigerung ist anscheinend immer noch möglich. Ja, was bedeutet dieses Attentat aus Ihrer Sicht für den Wahlkampf? Naja, das werden wir sehen jetzt, weil halt der Nominierungsparteitag der Republikaner, der sogenannte US-Republican-Convention jetzt in Milwaukee stattfindet, werden da eher scharfe Töne wieder fallen auf den politischen Gegner mit der Ratio. Das war ja klar, wenn man es so aufheizt, das war ja die Töne gewesen aus dem Umfeld von Trump, wenn man das alles so aufheizt, diese berühmte Hexenjagd auf Trump, dann war das die logische Steigerung oder Schlussfolgerung davon. Oder ob man sich mehr auf das Narrativ beschränkt, zu sagen, das ist eher jetzt etwas, wo wir innehalten sollten, wo wir Demokraten zusammenstehen sollten, sowas verurteilen sollten und aufeinander zugehen sollten. Und es wird sehr interessant sein, jetzt zu beobachten in den nächsten drei Tagen, wie sich dort die Sprecher geben und wie Trump darauf reagieren wird, ob er jetzt mehr für einen gemäßigt sein wird oder ob Trump Trump bleibt. Was würden Sie denn sich wünschen von einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten? Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass die politischen Inhalte nach vorne kommen. Also bei Joe Biden weiß man ja beispielsweise, wofür er steht, für einige Sachen der Kontinuität. Allerdings gibt es da auch durchaus Kritik zu ihm. Bei Trump weiß man ja nicht so genau, was man bekommt. Man bekommt Donald Trump, aber wie viele republikanische Politikanteile dort drin sind hinsichtlich Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Ukraine beispielsweise, Handelspolitik. Und das sind alles Fragen, die Trump nicht beantwortet hat bisher im Wahlkampf und die Wahlkämpfe immer mit großen Zielen verfolgt werden, also wo man hin möchte, aber nicht gesagt wird, wie man dorthin möchte. Das heißt, die politischen Inhalte und auch die Wege dahin, die sind relativ kurz und noch nicht voll beschrieben. Und da kann er durchaus etwas zu beitragen jetzt, wenn er nominiert wird. Das würde ich mir wünschen. Mehr politische Inhalte und weniger Aggressionen untereinander. Aber ist das nicht genau das Erfolgsrezept von Donald Trump, dass man eben Donald Trump bekommt und der Inhalt steht eben erst an zweiter Stelle? Also er hat durchaus ein Branding und er ist ein Meister der Kommunikation, auch der Selbstdarstellung tatsächlich. Aber ich glaube, diese Karte ist mittlerweile voll bekannt und auch ausgespielt, wenn er jetzt noch die Wähler gewinnen möchte, die sogenannten Independents, die unabhängigen Wähler, dann muss er mit politischen Inhalten kommen und nicht mehr nur mit seinem Kern, seinem Marketingkern. Das ist ihm aber auch bewusst. Er will die Wähler bekommen für Nikki Haley. Nikki Haley hat mal keine Concession-Speech gemacht, hat mal keine Wahlempfehlung ausgesprochen für ihre Wähler, nur für ihre Kandidaten, die jetzt für Trump stimmen sollen, aber nicht für ihre Wähler. Was ist mit diesem Wählerpotenzial? Was ist mit den unabhängigen Wählern, die Independents? Also das sind Wähler, die er jetzt ansprechen sollte und die spricht er nicht an mit radikalen Tönen, sondern doch eher mit versöhnlichen Worten und vor allen Dingen politischen Inhalten. Dann sprechen wir über politische Inhalte. Die Republicans Abroad sind ja auch dafür da, in Deutschland über Ziele der Republikaner aufzuklären. Ein wichtiges Thema ist auch immer wieder das Thema Waffenrecht. Das wird auch jetzt bei dem Parteitag ein Thema sein. Viele Deutsche verstehen ja nicht, warum die Regelungen in Amerika so lasch sind. Es gibt immer wieder Tote durch Schutzwaffen. Jetzt dieses Attentat. Wie stehen Sie dazu? Wie ist das zu erklären? Wie würden Sie Deutschen erklären, dass eher laxe Regelungen doch vorteilhaft sind? Also die Logik hier ist konträr zur deutschen Logik. Trump sagt, und auch die Vertreter eines liberalen Waffenrechts, es sind nicht Waffen, die schießen, es sind Menschen, die schießen. Und als wir damals beispielsweise die Attentate in Paris hatten, war der erste Kommentar von Donald Trump gewesen, das wäre niemals passiert in den USA, dass einer eine Viertelstunde lang in der Gegend durch sich rumschießen kann. Irgendeiner hätte eine Waffe gezogen und den Attentäter zur Strecke gebracht. Und das ist eben das Selbstverständnis. Ist das eine Waffe in Amerika, ist für diejenigen, die ein liberales Waffenrecht vertreten, Hilfe zur Selbsthilfe. Oder sagt man, Waffen gehören nur in die Hände von Leuten, die damit verantwortungsbewusst umgehen können. Und dann ist man eben gegen ein liberales Waffenrecht. Und da prallen zwei Welten aufeinander, die relativ unversöhnlich sind. Ich will eine kleine Anekdote sagen. Als Joe Biden noch Vizepräsident war und Barack Obama Präsident, hat man nach einem großen Attentat und diesen über vielen, vielen Toten in einem Kino gesagt, auf einer demokratischen, US-demokratischen Wahlveranstaltung, man wäre für ein strikteres Waffenrecht. Und als die Menge aufgebracht war, sagte dann Joe Biden, beruhigen Sie sich, Sie können sich doch immer noch eine Schrotflinte kaufen. Man müsste es mal vorstellen, in Deutschland, wenn so ein Argument kommen würde. Und das war ein wahres Argument gewesen. Wir nehmen Ihnen ja nicht alle Waffen weg, Sie können ja noch mit Schrot schießen. Also die Diskussion ist auf beiden Seiten des politischen Lagers dort sehr ideologisiert und eigentlich für uns Deutsche kaum nachzuvollziehen. Das sagt Ralf Freund von den Republicans Abroad Germany. Und wir werden den Wahlkampf natürlich weiter beobachten. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Gern geschehen. 11. 14. 15. Untertitelung des ZDF, 2020